hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft die burg so das wird eine kurze aufnahme session es werden nur zwei folgen und ich muss ankündigen dass ich mir nicht sicher bin wie lange ich dieses projekt hier noch durchziehen werde zumindest in der nächsten zeit da es einfach so ist dass ich im moment wirklich sehr viel mache was let's plays angeht und es eben so ist dass mir eventuell in den nächsten tagen die zeit ein bisschen ausgeht deshalb muss ich da eben gucken wo liegt meine priorität und die liegt im moment definitiv eher in in der spatte farming simulator muss ich einfach so dazu sagen muss ich einfach ehrlich sein darum seid mir nicht böse falls in den nächsten tagen dann erstmal keine minecraft videos kommt es ist auch so dass es einfach so ist dass die minecraft videos deutlich weniger resonanz haben wie jetzt zum beispiel die farming simulator folgen und ich habe mal gucken irgendwas was die schweine fressen dass ich die trickern kann okay gut genau das ist so der ist das was gerade so sache ist ich werde das projekt nur also je nachdem wenn es so kommt erst mal nur auf eis legen das heißt es wird eventuell irgendwann weitergehen auch erde aber es kann eben sein dass sich hier dann erstmal eine pause einleg ich habe im nächsten monat also im juni juli sorry ziemlich viel arbeit also real life und darum muss ich auch gucken dass mir eben also ich möchte auf jeden fall die farming simulator folgen von der hofbergmann und von unserem rp natürlich weiter laufen haben und deshalb ist halt das projekt was im moment am wenigsten resonanz bietet das welches ich dann im notfall einstellen werde und daher kann das eben passieren so viel erstmal dazu wie gesagt das ist nämlich safe und falls sich das projekt hier erstmal einstellen wird es mit sicherheit irgendwann auch wieder weitergehen so aber genügend genügend gelabert jetzt einen moment ich warte mach hier gerade mal warte komm das bündchen lassen wir stehen ich muss die spitzhacke reparieren geht nichts dran vorbei ich habe natürlich auch nichts dabei zu reparieren perfekt ich muss ja auch mal einen weg anlegen der nach oben führt sehr kreislich hier so so hier kann man ein bisschen diesmal ohne besuch von creeper hoffentlich so so oder haben wir jetzt aber viel raus oh alter das ist eine menge okay ähm moment hier haben wir ja unser schönes lager ähm kupfer ja so funktioniert das so ich werde jetzt erstmal hier unten weiter bauen am bauernhof aber um die ganzen tiere zu organisieren weil das erscheint mir jetzt im moment sehr wichtig dass die einfach mal so aufgeräumt sind und wenn ich das gemacht habe dann werde ich mich ein bisschen mal um die mauer kümmern weil im moment sieht hier noch nichts überhaupt nichts nach einer burg aus bis auf vielleicht ganz minimal die die brücke hinten aber es soll ja hier eine große burg mit ähm fällt mir gerade etwas ein vielleicht verschiedenen abteilungen geben das gibt es ja in einer richtigen burg auch ähm das heißt wir werden zwischendrin auch nochmal mauern haben es wird so verschiedene ringe geben dann so wie es eben in der burg ist so nicht reicht es passt gehört so dann brauchen das rucksäck was ich auch gedacht habe ist ich muss drüben bei den kühen muss ich das noch ein bisschen vergrößern ist ein bisschen klein geraden da werde ich vielleicht vielleicht hier noch ein bisschen in die richtung gehen sehr schön und dann hole ich jetzt mal die schweinchen rüber schon ein stück also ich denke ich werde hier oben noch mal eine mauer ziehen dass man dann so ein bisschen eine etage runter kommt vielleicht gibt es dann hier oben noch mal eine mauer bisschen noch höher gleich hier ja und dann kommen hier so ein paar wohnhäuser dazwischen so in der richtung stelle ich mir das vor kunden sind sie schon gemütlich vor sich hin so kommt schon mit alle schön in der reihe so muss es sein folgen wirklich gut hallo ihr müsst ein bisschen aufpassen ja so ist fein habe ich eigentlich noch frei ja fackeln habe ich noch das ist von vorteil bei den kühen muss ich auch mal ein bisschen ausleuchten ich werde hier erweitern das ist am einfachsten das ist ich mache ich bedenert das ist auf Okay geht've hier ich So, dann habt ihr nämlich mehr Platz, Küchen. Oh, da steht schon wieder ein Creeper, ey. Ja, ohne Spinne, klar. Wie kommst du denn hier rein, bitte? Das Creeper hin zu den Schweinen. Der ist ungeschickt, weil die Schweine wollte ich eigentlich, da wollte ich noch ein bisschen... Bei den Schweinen wollte ich noch ein bisschen auf Schöno machen. Beziehungsweise hier sind ja auch noch ein paar. Und die wollte ich auch noch füttern. So, dann lasse ich mal kurz hier raus. Und dann könnt ihr... Ach nee, ey. Den kommt her. Oh. Alter, ihr wollt mich verarschen, oder? Wie intelligent seid denn ihr? Ihr seid Zombies, ihr seid doof. Alter, sie sind wirklich intelligent. Die gehen da extra auf die Mauer, auf den Zaun. Die gehen da extra auf. Alter, sie sind wirklich intelligent. Geht's, ihr seid? Na, ja. Was ist das? Na, ja. Na, ja. Na, ja. ok erst mal supi dann gehe ich mal schlafen vor mir wieder irgendwelche überraschungen erleben